willkommen leute zu einer weiteren folge in fallout 76 rocky wieder mal am start diesmal mit dem ultimativen pfefferstreuer bild viele von euch kennen pfefferstreuer ist eine ziemlich einzigartige waffe grund dafür ist dass sie als schwere automatische schrotflinte zählt was bedeutet dass sie von den pörkarten der rubrik schwere waffen profitiert aber auch der rubrik der schrotflinten was letztendlich bedeutet wir können den schaden wirklich immens erhöhen und dadurch dann auch hohen schaden verursachen aber hier geht es ja um den ultimativen pfefferstreuer bild und wir wollen auch ultimativen schaden verursachen dazu brauchen wir nicht nur diese waffe sondern auch andere dinge die ich euch aber zeigen werde fangen wir erst mal damit an wie bekommt ihr einen pfefferstreuer es gibt einen einfachen weg und zwar könnt ihr diesen bei anderen spielern an verkaufsautomaten einfach kaufen denn die waffe ist tatsächlich handelbar wollt ihr aber den bauplan für diese waffe haben also den pfefferstreuer selber herstellen können dann wird es etwas knifflig denn diesen bauplan bekommt man nur bei einem zeitlich begrenzten event und zwar das fleischhappe event das einmal pro jahr für eine woche stattfindet hier habe ich aber gute neuigkeiten im jahr 2023 also diesem jahr findet das event zwei wochen lang statt und zwar vom 29 august 2023 bis zum 14 september also falls ihr euch das video anschaut und das event ist noch nicht vorbei dann schnell rein da die das event farmen bzw immer wieder absolvieren denn ihr bekommt unter anderem auch den bauplan für den pfefferstreuer aber auch andere einzigartige baupläne die ihr auch nur in diesem event bekommt gut ich würde sagen wir gehen mal an die waffenwerkbank und schauen uns mal genauer an wie diese waffe aussieht und was sie kann wollte die waffe nun herstellen findet ihr sie unter der rubrik schwere waffen pfefferstreuer und ihr seht es rechts ihr benötigt den waffenschmied auf max level bedeutet auf rang 5 dann könnte die waffe auf stufe 35 bis stufe 50 herstellen die mods dieser waffe schaltet ihr frei indem ihr die waffe einfach immer und immer wieder verwertet so dann gucken wir uns die mods auch genauer an wir fangen beim lauf an und da wir wie gesagt hier den ultimativen pfefferstreuer bild haben wollen ist die voraussetzung tatsächlich dass wir mit dieser waffe in wetz spielen und ich weiß viele von euch werden jetzt denken was eine schwere waffe in wetz die verbrauchen doch extrem viel ap vor allem die automatischen waffen lohnt sich doch gar nicht hier eine gute nachricht der pfefferstreuer verbraucht weniger als die üblichen schweren automatischen waffen in fallout 76 jedoch nicht wenig also immer noch viel deshalb wollt ihr auf jeden fall falls ihr glück habt den dritten stern mit 25 ap kostenverringerung und den lauf der sollte der doppellauf dann sein warum er verursacht den größten schaden hexbarrel hat zwar eine höhere waffengeschwindigkeit und zwar nicht wenig aber wir gehen voll auf schaden warum denn der kritische treffer schaden und den wollen wir natürlich deswegen spielen wir in wetz der bezieht sich ja auf den gesamtschaden der waffe und der wird enorm hoch sein das verspreche ich euch ich selber sehe diese waffe sogar als top tier waffe mit diesem bild spielt ihr die waffe aber nicht in wetz und sagt nee ich will nicht in wetz spielen ich habe auch immer probleme mit meinen maximal ap und der ap regeneration weil ihr zum beispiel im full health bild spielt oder weil ihr keine food buffs zu euch nehmt etc dann würde ich euch doch lieber den hexbarrel empfehlen jedoch unterscheiden sich dann hier aber auch die legendären effekte die sage ich mal die besten wären die ihr haben solltet wollt ihr außerhalb von wetz spielen dann wie gesagt den lauf hexbarrel benutzen und wenn möglichst eine vierfache munitions kapazität denn dadurch könnt ihr viel mehr projektile beziehungsweise schüsse verschießen und dann als zweiten stern höhere feuerrate beim dritten stern sollte dann vielleicht eventuell eine höhere nachladegeschwindigkeit haben spielen wir aber diesen ultimativen pfefferstreuer bild wollt ihr entweder antirüstung oder blutbefleckt denn die geben euch den größten schaden brust ihr könnt natürlich auch das mutanten haben hankers des junkies etc aber die zwei größten schadens erhöhungen bekommt ihr durch antirüstung und blutbefleckt einfacher lauf und standard lauf kommentiert nicht denn die sind schlechter als diese beiden läufe beim magazin da solltet ihr euch zwischen dem plasma magazin und den laser magazin entscheiden sie verursachen tatsächlich den gleichen schaden ist also wirklich egal ob ihr mit plasma kartuschen spielen wollt oder mit fusionszellen das standard magazin ist um einiges ja ich würde nicht sagen schlechter aber ihr versucht verursacht weniger schaden habt ihr aber zu viel schrot patronen und euch ist der schaden nicht allzu wichtig dann könnt ihr auch mit dem standard magazin spielen um eure schrot patronen loszuwerden denn ihr wenn ihr außerhalb von wets spielt werdet ihr einiges an munition verschwenden mit dem ultimativen pfeffer streuer bild jedoch nicht ich habe mich für das laser magazin entschieden dann haben wir hier nur ein visier und zwar das gunner visier und das solltet ihr auf jeden fall nehmen ihr seht links die präzision ist höher und auch die ap kosten sind um einiges geringer gut so viel zu den mods und den legendären effekten dieser waffe so jetzt habe ich vorhin erwähnt dass bei diesem ultimativen bild nicht nur eine waffe beziehungsweise der pfeffer streuer selbst eine rolle spielt und damit meine ich jetzt nicht die perk karten mutation und legendäre skills sondern die rüstung und zwar eine power rüstung warum das zeige ich euch jetzt wie ihr sehen könnt habe ich hier vor mir stehen die würge herz power rüstung warum die würge herz power rüstung ist eigentlich ziemlich simpel zu erklären und zwar hat sie einen set bonus und zwar fügt waffen drei sekunden lang 30 gift schaden zu was eigentlich nicht wirklich vieles 30 schaden ist wirklich wenig der zweite set bonus ist vier gift schaden pro sekunde bei gegnern in der nähe ist noch weniger aber und jetzt kommt diese 30 gift schaden pro drei sekunden steckt mit euren projektilen pro schuss bedeutet wenn wir eine schrotflinte haben wie den pfefferstreuer der acht projektile verschießt haben wir acht mal 30 schaden für drei sekunden und das ist wiederum nicht wenig das werden wir später auch beim praxistest sehen bedeutet hier haben wir noch mal einen schadens boost könnt ihr natürlich auch mit anderen schrot finden benutzen wie zum beispiel der kalten schulter etc kommt immer auf die projektile an die ihr pro schuss habt je mehr desto besser bitte fälschlicherweise nicht versuchen den pfefferstreuer mit doppelschuss zu rollen denn doppelschuss oder mittlerweile wurde ja der name geändert beziehungsweise die beschreibung des effektes ein projektil mehr pro schuss und das ist auch so bedeutet ihr habt statt acht einfach nur neun projektile und das macht am schaden nicht viel aus deswegen dieser doppelschuss effekt bitte nicht auf eure schrotflinten rollen der ist wirklich nicht gut für einzelschuss waffen ist er nicht schlecht vor allem mit dem explosiv geschoss aber nicht auf dem pfefferstreuer so aber es geht noch weiter denn nicht nur dieser gift schaden den wir zusätzlich verursachen wollen wir haben sondern wir wollen auch einen bestimmten legendären effekt rollen und zwar den dritten stern der beinhaltet das gewicht von nahrungsmitteln getränken und camps ist 20 prozent verringert bedeutet also vor allem was die camps betreffen ich brauche kein apotheker auszurüsten wenn ich mit dieser power rüstung durch appalachia laufe ich weiß nicht wie es euch geht aber ohne den apotheker kann ich nicht spielen persönlich weil ich sonst überladen bin ja dementsprechend brauche ich diesen effekt damit ich nicht überladen bin falls ihr sehr wenig camps oder kaum camps mit euch um führt oder anders gesagt ihr braucht den apotheker so oder so nicht braucht ihr diesen dritten effekt nicht in meinem fall jedoch schon gut also haben wir jetzt die passende power rüstung die passen legendären der effekte auf hallo hallo die passenden effekte auf der power rüstung und auch auf dem pfefferstreuer so jetzt können wir zum praxistest übergehen da werde ich euch auch die mutation per card sowie legendären skills zeigen bevor wir mit dem praxistest starten kurz noch zu den mutationen die ich besitze während ich euch diese waffe vorführe ihr seht sie hier auf der linken seite dann kommen wir zu den legendären skills und hier habe ich fünf legendäre skill karten die meine skill punkte erhöhen um einfach mehr perk karten setzen zu können ihr benötigt nicht unbedingt so viel skill punkte ihr könnt euch dann auch für andere legendäre skill punkte entscheiden voller eins ist jedoch hier ziemlich wichtig denn gegner erleiden 40 prozent mehr schaden wenn sie dich angreifen und du dich in einem team befindest und das werden wir dann auch machen weiter geht's mit den pfeffer karten wie gesagt der pfefferstreuer profitiert von den pfeffer karten der schweren waffen und der schrotflinten und weil ich ja auch eine power rüstung besitze bei denen alle fünf körperteile oder rüstungsteile den effekt besitzen dass 20 prozent meine nahrung und meine camps weniger wiegen ich somit auf den apotheker verzichten kann was ganz wichtig ist denn wir brauchen bei stärke alle 15 skill punkte ihr seht ich habe dreimal großen schwert drin und dreimal schrotflintenschütze auf rang 2 wenn ihr auf etwas schaden verzichten wollt dann würde ich euch vielleicht auch raten nur ein stern jeweils bei profi schrotflintenschützen reing zu nehmen und dann noch eine karte entweder durchladen schwere waffen werden schneller durchgeladen oder für die schrotflinte gibt es auch was spezielles und zwar na wo haben wir es schrotflinten fällen hier schrotflinten wiegen 90 prozent weniger und werden 30 prozent schneller durchgeladen denn die waffe hat eine etwas längere nachladen geschwindigkeit würde ich sagen wie gesagt ist auch eine schwere waffe machen wir weiter wir haben es geht schießen drin bedeutet unsere waffen beziehungsweise unsere schrotflinten haben eine bessere präzision und streuung und diese ist enorm deswegen würde ich euch raten vor allem wenn ihr außerhalb von wett spiel diese rüste karte auch auszurüsten habt ihr eine bessere genauigkeit konzentriertes feuer habe ich auch auf max level weil wie gesagt ultimative bild wir wollen im wett spielen dann haben wir noch fleischklopfer drin für mehr schaden nur tut klar weil ich gerade im blutig bild spiele und dann noch stabilisiert stabilisiert ist extrem wichtig denn wir ignorieren damit 45 prozent der rüstung des gegners und gerade bei schweren gegnern wie zum beispiel eine maierloog königin brandbestien oder weltenboss die sehr viel rüstung besitzen habt ihr mit dieser karte wirklich eine große schadenserhöhung also deswegen bin ich auch in der power rüstung drin batterien enthalten ist vielleicht auch eher optional aber ihr wisst ja plasma oder fusionszellen benutzen wir ja und wenn wir eine automatische waffe wie in dem fall die schrotflinte den pfefferstreuer spielen werden wir viel munition mit uns tragen weil wir auch viel verschießen und die biegen nun mal ein bisschen was deswegen hier vielleicht batterie enthalten auch eine möglichkeit action boy ganz wichtig wir spielen den wettz wir wollen auch eine schnelle regeneration unserer ap haben mit nachdruck eine perkart die ich nur empfehlen kann allgemein wenn ihr mit schrotflinten bild spielt denn habt ihr diese auf rang 3 ausgerüstet ist euch fast garantiert mit nur einem schuss ein körperteil des gegners komplett zu verkrüppeln denn das deckt mit euren projektilen reicht eigentlich schon auf rang eins da benötigt ihr dann aber doch manchmal zwei oder drei schüsse mehr was trotz allem sehr wenig ist gerade bei brandbestien und brandbestien königin hilfreich damit sie landet denn ihr wisst schrotflinten verursachen nur guten schaden wenn ihr euch nah am gegner befindet aus großer entfernung und auch hier leider der pfefferstreuer sein einzigster nachteil aus großer entfernung verursachen wir um einiges weniger schaden dann haben wir noch peng food drin weil wir wie gesagt im wettz spielen adrenalin ganz klar eines der besten perk karten für eine schadens erhöhung blutiger tod auf rang 3 mega kritische treffer auf rang 3 vierblättriges kleeblatt für mehr kritische treffer und kritischer durchblick ihr seht der bild ist sehr sehr stark auf schaden ausgelegt wie gesagt könnt ihr hier durchladen noch mit rein ein bisschen auf schaden verzichten oder hier vielleicht blutiger tod nur auf rang 1 mit salz ein gedicht falls er viel nahrung mit euch trägt und 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 ihr könnt also dieses bild wirklich noch bisschen euren bedingungen anpassen hier gerade voll auf schaden ausgelegt gut leute soviel zu den perk karten legendären skills und mutation ich würde sagen jetzt ab zur action und bevor wir mit der action starten ganz kurz noch zum pfefferstreu den ich benutzen werde ihr seht es hier anti rüstung und plus 50 prozent mehr kritischen trefferschaden ein sehr gut gerollter pfefferstreuer ich würde ihm hier natürlich noch wünschen 25 ap kostenvergängerung in wettz aber man kann ja nicht alles haben wäre dann auch schon ein gott roll und an dieser stelle vielen dank an die community wirklich ihr seid die besten denn ich hatte vor zwei oder drei tagen in discord reingeschrieben dass ich keinen guten pfefferstreu gerollt habe oder gerollt bekommen habe und auch im stream habe dies einmal erwähnt und siehe da es haben sich gleich so viele bereit erklärt mir einen pfefferstreuer zu leihen sogar zu schenken oder zu verkaufen also wirklich wahnsinn danke für den support leute ich weiß das wirklich zu schätzen daumen hoch aber auch alle an alle anderen so jetzt habe ich an alle anderen die mich unterstützen die meine videos liken kommentieren und auch abonnieren tausend dank so jetzt habe ich aber eine dicke schleimspur hinterlassen ich würde sagen wir fangen jetzt an mit dem praxistest ich nehme nur ganz kurz noch etwas giftiges wasser zu mir ich sehe gerade ich bin nicht ganz blutig na wo haben wir es so jetzt sollte es passen wir fangen auch erst mal außerhalb von bets an und schauen uns den schaden so an und ihr seht der ist schon wirklich gigantisch mit diesem bild ja also zwei drei schüsse würde ich jetzt raten ich lade mal nach wir haben 50 schuss im magazin und ja das waren jetzt vier schüsse das war jetzt ich glaube auch wieder vier also drei bis vier schüsse außerhalb von bets vier schüsse würde ich sagen aber jetzt kommt es wir haben ja unser bild auf bets sage ich mal ausgelegt aufgepasst wir schießen natürlich auf den kopf ein schuss und aufgepasst oben schaut euch die anzeige an er verliert weiterhin energie und das ist der gift schaden und das war auch nicht wirklich wenig ja natürlich würde jetzt der zweite schuss dafür sorgen dass wir hier one shot machen beim mutanten hund erreicht ein schuss und was den kritischen treffer betrifft aufgepasst 134 schaden und ihr wisst wie das mit bets und mehreren projektil läuft 134 schaden bedeutet dass wir den mal na lass mich gucken wie viele projektil haben wir acht haben mal 8 134 mal 8 aber dann müssen wir auch noch die fünf umrechnen mal acht ich habe es mal ungefähr ausgerechnet bekommen so zwischen 1300 und 1600 schaden pro schuss leute das ist in zehn natürlich war es jetzt ein kritischer treffer bei einem nicht kritischen treffer sind es glaubst du um die 100 schaden was bedeutet wir verursachen so 1000 schaden in bets pro schuss das kriegt ihr eigentlich mit automatischen waffen nicht hin nur mit einzel schuss waffen oder vielleicht auch mit anderen schrot finden wie mit der kalten schulter doch die kalte schulter hat ja nur acht patronen im magazin ich habe hier 50 ja also wirklich in zählen wir gehen mal weiter und schauen uns mal den schaden an wenn wir mehrere gegner nebeneinander haben denn wir haben ja auch peng food drin und dann sieht das nämlich so aus ich versuche gerade mehrere gegner nebeneinander zu haben jetzt auf und ihr könnt einfach nur drauf halten ja egal hier habe ich jetzt paar mal verschossen wie viele gegner da sind peng food kriegt er immer das nächste ziel in bets und können so ein gegner nach dem anderen ausschalten deshalb leute ist diese waffe mehr oder weniger mit diesem bild eine top tier waffe ja ich meine wenn ihr eine ausputze habt ihr seht hier ohne kritischen treffer reicht tatsächlich ein schuss nicht aus und der schaden variiert ab und zu mal grund dafür ist wenn ihr einen gegner angreift der euch noch nicht angegriffen hat so wie er jetzt werden wir meinen kritischen treffer ihr seht es 113 nur verursacht und der gift schaden der gift schaden hat ihm tatsächlich den rest gegeben den dürfen wir nämlich auch nicht vergessen natürlich wenn ihr gegen weltenbosse spielt werdet ihr den gift schaden kaum merken am lebensbalken ja trotz allem ist er da und wenn ihr drauf haltet erst deckt zwar nicht aber sobald abgelaufen ist erneuert ihr ihn ja immer wieder und dann hochgerechnet wie viel ihr mit der waffe an schaden angerichtet habt zusätzlich mit dem gift schaden gibt das eine wirklich sehr hohe zahl deshalb die würgeherz rüstung für den ultimativen bild ich würde aber sagen es reicht hier das war schon fast zu lange wir gehen schnell rüber und schauen uns mal den schaden an einer brandbestie an und da haben wir direkt auch eine und da wir ja wie vorhin erwähnt mit nachdruck ausgerüstet haben sollten wir eigentlich den flügel ihr seht es sofort verkrüppelt haben sie sollte jetzt auch landen und dann schauen wir uns mal den schaden genauer an wir haben hier noch verbrannte da können wir uns auch noch mal den schaden anschauen den ihr mit gift verursachen achtet mal ihr seht es einmal und zweimal und dreimal also der gift schaden ist nicht zu unterschätzen natürlich haben kleinere mobs sage ich mal wie diese verbrannten absolut keine chance vor allem bringt der gift schaden hier auch nicht wirklich was denn sie sind meistens schon von uns erledigt vor allem wenn wir in west spielen und ihr seht die ap kosten sind gar nicht mal so hoch ich muss aber dazu sagen ich habe natürlich auch nahrungsbar für mehr ap habe auch ein klavier gespielt instrument solltet ihr im übrigen auch immer machen denn dadurch habt ihr mehr ap und eine höhere ap regeneration so und wieso ist diese nicht gelandet sie hat ihren flügel regeneriert jetzt sollte sie wieder landen nehmen wir sie ins visier bzw wenn sie nicht will können wir eigentlich direkt ach nein da kommt sie schon erstmal kurz ohne wetz und ihr seht der schaden wirklich gut und jetzt aufgepasst leute ok wie viele schüsse waren das 45 ich weiß nicht klar sie hat nicht voll energie aber nichts gar kein problem noch mal das ist eine automatische schrotflinde kein richtig starkes einzelschussgewehr und der schaden kommt einfach so zusammen dass wir so viele perk karten setzen können weil sie in der rubrik schwere waffen vertreten ist und auch in der rubrik schrotflinde gehen wir zum ultimativen gegner hier in apalachia ausgenommen natürlich der weltenbosse zur meyerlo königin so leute und wir haben hier auch schon eine meyerlo königin level 100 und noch als gebietsboss dementsprechend kümmern wir uns erstmal hier und ihr seht der schaden aus der entfernung ist wirklich nicht der beste muss man leider sagen aber wenn ihr im wetz spielt dann ist sogar der schaden aus der aus größere entfernung immer noch stark so jetzt kurz noch hier auf kopf hier haben wir auch noch ein so ok leider haben wir wie gesagt keine waffen mit ap kostenverlängerung aber die wird es auch machen ich würde sagen wir legen los und ja schaut euch den schaden an noch mal den betzen ja ein magazin locker hätten wir tatsächlich die ap kostenverlängerung dann wird das natürlich ganz anders aussehen dann würden wir viel weniger munition verschwenden aber ihr seht eine meyerlo königin gar kein problem level 100 gebietsboss somit hier dieser ultimative pfefferstreuer guide vielleicht ist da etwas für euch ich weiß er ist sehr speziell die könnten ja auch so umbauen nach sage ich mal euren bedürfnissen ihr könnt vielleicht auf weniger schaden gehen also auf etwas schaden verzichten höhere nachladegeschwindigkeit oder ihr verzichtet komplett auf wetz und entscheidet für euch für eine vierfach munitionskapazität mit höherer feuerrate und haltet dann halt einfach länger drauf aber ihr habt natürlich die hohe kapazität an munition ich hoffe das video hat euch gefallen wenn ja like da lassen kommentieren und abonnieren euer rocky und bis auf bald